Wir wollen einmal den Nullwert einer Bruchfunktion bestimmen. Dazu setzen wir wie immer 0 in unserer Funktionsgleichung ein. Und in diesem Fall wäre das ja ein Quotient aus zwei Polynomen. Das wäre dann u von 0 geteilt durch v von 0. Und wir wissen schon aus unserem vorhergehenden Video, dass der Nullwert eines Polynoms immer dem Absolutglied entspricht. Das bedeutet, wir hätten hier im Zähler a0 und im Nenner b0 für unsere Absolutglieder der Polynome. Und unser Nullwert y0 wäre dann der Quotient daraus. Jetzt ist es ganz wichtig, was wir hier sehen können. Das Erste ist, wenn a0 0 ist, dann wäre unser Nullwert y0 auch 0. Aber wenn b0 0 ist, dann kommen wir hier in ein Problem, denn das Teilen durch 0 ist ja nicht definiert. Und das heißt, dieser Nullwert existiert dann tatsächlich auch nicht. Bruchfunktionen sind eine der wenigen Funktionen, wo auch kein Nullwert existieren kann. Ganz wichtig, die Tatsache. Ich hoffe, es war erstmal soweit verständlich. Nullwerte von Bruchfunktionen sind also die Quotienten der beiden Absolutglieder von dem Polynom, durch welche wir teilen. Und es kann sein, dass wir gar keinen Nullwert erhalten. Das ist ganz interessant. Im nächsten Video wollen wir uns dann den Nullwert einer Wurzelfunktion anschauen. Viel Spaß damit!